Ja, und wir freuen uns auf eine neue Woche mit Ihnen. Heute unter anderem bei uns. Der Mann, der es gewagt hat. Ohne Fallschirm. Aber wir starten mit einem Aufruf der Polizei. Möglicherweise können Sie helfen, ein Verbrechen aufzuklären. Es geht um diese Frau aus dem Kreis Osnabrück. Und die Frage, wer hat sie zuletzt gesehen? Sie verschwand im Februar diesen Jahres und wurde jetzt tot aufgefunden. Und inzwischen geht man von einem Verbrechen aus. Es gibt auch Menschen, die suchen das Risiko. Stellen Sie sich mal vor, sie springen aus einem Flugzeug und haben keinen Fallschirm dabei. Ist das eine gute Idee? Ja, findet dieser Mann hier. Das ist Luke Akins und er ist Extremsportler. Und er hat genau das probiert aus einer ziemlich interessanten Höhe. Es waren über 7000 Meter. Aufgefangen unten hat ihn nur ein Netz, das sieht das an. Und kann man das anderen empfehlen? Oder ist das eigentlich einfach nur Wahnsinn? Das haben wir uns nach diesem mutigen Sprung erklären lassen. Ja, was der Sohn wohl später macht, wenn Papa solche Dinge vortornt. Wir haben jetzt noch eine besorgniserregende Nachricht zum schönen Badewetter. In der Elbe wird nämlich noch immer nach einem Kind gesucht. Autsch, Autsch, Autsch. Ja, nur noch mal, um zu verdeutlichen, wie weh das tut. Der Weltmeister hat uns verraten, die Innenseiten seiner Oberschenkel waren nach diesem Sprung nicht nur blau, sie waren tatsächlich lila. Aber jetzt ist schon besser. So, willkommen zu Volksrocker Andreas Gabalier. Der hat gestern Abend ein etwas anderes Konzert in München gegeben, was nicht nur daran lag, dass es streckenweise wohl ein bisschen Probleme mit dem Ton gegeben hat. Viel wichtiger war die Idee, die gestern Abend dahinter steckte, gegen die Angst zu spielen, zu zeigen, wir versammeln uns erst recht und machen trotzdem gemeinsam richtig gute Stimmung. Ja, heute, fröhliche Bilder aus München. Wer kommt jetzt? Genau, er hätte gerne auch Wetten, dass moderiert, aber man hat ihn leider nicht gefragt, hat sich ja nun erledigt. Axel Milberg, den viele aus dem Tatort kennen und lieben, der wird heute 60 Jahre alt. Und dieser Mann funktioniert nicht nur übers Bild, sondern auch über die Ohren. Er ist auch ein fantastischer Synchronsprecher. Und wir verraten Ihnen jetzt, was ihn sonst noch so ausmacht, diesen Axel Milberg, der für viele ein absoluter Lieblingsschauspieler ist. Und den haben wir auch. Weiter geht es jetzt bei uns mit dem Mann mit der berühmten roten Schirmmütze, der heute seinen 2. Geburtstag feiert, Niki Lauda. Immer noch einer der berühmtesten Österreicher mit eigener Fluglinie. 3 Formel-1-Weltmeistertiteln. Und heute, vor 40 Jahren, da war dieser Schicksalstag, da wäre Niki Lauda beinahe verbrannt bei diesem Horrorunfall, der sogar von Hollywood verfilmt wurde. Ja, gerade ganz erfolgreiche und übrigens sehr nette Jungs. Und das geht sicherlich so weiter. Til Schweiger macht heute übrigens auch wieder einmal große Schlagzeilen. Aber heute wird es ihn freuen, Sie zu lesen. Denn es gibt für seine Arbeit einfach mal nur Lob. Harry-Potter-Fans sind gerade vollkommen aus dem Häuschen und kampieren wieder einmal nachts vor Bücherläden. Und das liegt an der Autorin J.K. Rowling, die ja eigentlich gesagt hatte, die Geschichte um den kleinen Zauberschüler, die sei auserzählt. Aber jetzt hat sie doch noch mal was geschrieben und Millionen Fans damit glücklich gemacht. Und das Spannende ist, Harry Potter ist inzwischen erwachsen und fest vergeben. Ja, und der Harry-Potter-Darsteller aus dem Stück, der wird übrigens heiß gehandelt als neuer James-Bond-Darsteller. Also dann haben Sie den jetzt schon mal gesehen, können Sie sich merken. Ja, und morgen, da freuen wir uns ganz besonders, da trifft brisant nämlich die schwedische Königin zum Interview. Und das können Sie dann morgen auch schon sehen bei uns in der Sendung. 17.15 Uhr geht's los. Und hier geht's jetzt weiter mit Wer weiß denn sowas? Und Kai Pflaume heute zu Gast. Eine musikalische Runde. Thomas Anders und Stefan Ross. Viel Spaß. Tschüss.